Zusammen mit Schwester Biene unternimmt Manni einen Kurzurlaub auf Mallorca. Um seine Englischkenntnisse zu testen, macht er die Probe aufs Exempel. Biene, ich hab Dorf. Ich finde Cola kriegen bei der Hetze. Willst du auch was haben? Ich hätt auch gern Wasser. Soll ich mitkommen? Nein, mach mal alleine. Ich will das auch mal. Mach du das mal. Ich will mich durchkämpfen. Also ich hätt gern Wasser. Ein Wasser. Ein Butter voll Watt und eine Diet-Cola. Grazie. Adios. Adios. Grazie. Hey, du hast ja was du wolltest. Ich kam sehr gut mit meinen Fremdsprachen durch. Aber wo ich das gesehen habe, ich muss noch rapide üben. Für mir, für dir. Boah, Übung macht der Meister. Weißt du doch. Aber hat doch schon geklappt. Das ist doch super. Aber das trinke ich jetzt. Ich brauch Dorst. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, peinlich gleich 0%. Stolz, dass ich bekommen habe, was ich wollte. Ich kann nicht alle Sprachen dieser Welt. Das sind unendliche Sprachen fast, kann man sagen. Ich komme einfach durch. Warum soll ich das sagen, dass ich, ich bemühe mich. Ich bin stolz. Denkst du, ich kann jede Sprache der Welt reden? Nö, will ich auch gar nicht.